und wenn man schon zeit hat sollte man auch jetzt trainieren vor allem jetzt auch in den Sommerferien ja aber viele sind ja eh schon in den Sommervorbereitungen und ja klar let's go so Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.